Matsuura ist der japanische Werkzeugmaschinenhersteller für Bearbeitungszentren, schwerpunktmäßig in der Fünfachsbearbeitung und dort sind wir führender Hersteller im Bereich der Automation von Palettenhandling und von Werkzeugmagazinen. Matsuura und Schwichtenberg GmbH sind seit elf Jahren in einem partnerschaftlichen Verhältnis. Wir haben hier insgesamt vier Maschinen stehen. Zwei Maschinen davon sind aus der Serie LX160 automatisiert mit Palettenbahnhof und großem Werkzeugmagazin von maximal 328 Werkzeugplätzen. Der Herr Schling, Fertigungsleiter im Hause Schwichtenberg, holt 24-7 das Maximum an Wirtschaftlichkeit und Produktivität aus diesen beiden Anlagen heraus. Aber hören Sie selbst, was er dazu zu sagen hat. Was ich sehr gut finde ist, dass die Maschine absolut präzise ist. Die Temperaturen schwanken hier von 10 bis im Sommer über 40 Grad. Und dennoch haben wir keine Probleme mit der Präzision. Die haben einen automatischen Palettenwechsler mit 42 Paletten. Das heißt, sie können mannlos fertigen, 24 Stunden am Tag, wenn die einmal eingerichtet sind. Was uns sehr entgegenkommt, ist der geringe Platzbedarf pro Maschine. Dadurch erreichen wir eine hohe Produktivität pro Quadratmeter. Die Maschine wechselt automatisch bei Verschleiß oder bei Werkzeugbruch das Werkzeug und es kann weiter gefertigt werden. Durch eine Hochgeschwindigkeitsbearbeitung ist eine wirtschaftliche und schnelle Fertigung gewährleistet. Wir haben uns für die Mazura Maschinen entschieden, weil wir von Anfang an davon überzeugt wurden, dass wir damit unsere Produktionsziele erreichen. Wir haben diese Ziele durch die rund um die Uhr Fertigung mehr als übertroffen. Die Maschine verfügt über fünf Achsen, daher können wir nahezu jedes Bauteil fertigen. Durch das Multipaletten-System lassen sich verschiedene Bauteile parallel fertigen und das Ganze mannlos. In den über zehn Jahren, die wir die Maschinen hier bereits einsetzen, haben wir noch nie Probleme mit den Spindeln gehabt. Ich war in Japan und habe mir die Fertigung angeschaut und war sehr positiv überrascht, wie präzise dort gearbeitet wird. Das Werk hat eine eigene Spindelfertigung mit Reinstraum. Die Maschinen werden präzise eingeschabt, die Linearführung sehr genau gemessen. Ich habe es selbst gesehen und es ist wirklich erstaunlich, mit wie viel Aufwand diese Maschinen gefertigt werden. Wir sind mit Matsugura sehr zufrieden und setzen auch in Zukunft auf Matsugura. Auch neugierig geworden? Dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Sie!